Herzlich willkommen zum Anwendungsbeispiel zum Thema Berechnung von Körperimpedanzen, Körperströmen und Berührungsspannungen. Wer bin ich? Mein Name ist Katrin Friedl und ich arbeite am Institut für Elektrische Anlagen und Netze der TU Graz. Als erstes möchte ich mit Ihnen den Stromkreis aufzeichnen und hier die wesentlichen Begriffe erklären. Wir haben eine Person. Diese Person steht auf einer leitfähigen Fläche. Zwischen der Hand der Person und der leitfähigen Fläche wird nun die Berührungsspannung angelegt. Diese ist mit UT bezeichnet. Das T steht für Touch. Wenn eine Person in diesem Stromkreis hängt, dann fließt ein gewisser Körperstrom. Der Körperstrom wird mit IB bezeichnet. Das B steht für Buddy. Vereinfacht kann man dieses Ersatzschaltbild nun so aufzeichnen, indem man einfach statt der Person eine Körperimpedanz einzeichnet. Und hier kann man sich den Körperstrom sehr einfach ausrechnen, indem man das Ohmste Gesetz aufschreibt, indem man einfach die Berührungsspannung mit der Körperimpedanz dividiert. Nur wie groß ist diese Körperimpedanz? Viele von Ihnen haben sicher schon einmal dieses eine Kilo oben gehört. Wie Sie dieses einordnen können und wo es nun liegt, möchte ich Ihnen in der Folge erklären. Wovon sind denn die Körperimpedanzen abhängig? Zuallererst gleich einmal die schlechte Nachricht. Sie ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und auch von der Körpertemperatur abhängig. Also das macht insbesondere deshalb ein Problem, dass man die Körperimpedanzen, die man beispielsweise an Leichen gemessen hat, umrechnen muss auf eine andere Körpertemperatur. Weiters ist die Körperimpedanz auch von der Berührungsspannung abhängig, also von der Amplitude und der Frequenz. Und dazu gleich eine Grafik. Hier sehen Sie auf der x-Achse aufgetragen die Berührungsspannung in Volt. Und auf der y-Achse, nach oben, ist die Körperimpedanz in Ohm aufgetragen. Sie sehen in der mittleren Kurve jene Körperimpedanzen, die von 50 Prozent der Bevölkerung unterschritten werden. Wohingegen die strichlierte untere Linie zeigt die Körperimpedanzen, die nur von 5 Prozent der Bevölkerung unterschritten wird. Und die obere eben dann für 95 Prozent der Bevölkerung. Und hier zeichne ich Ihnen nun in Rot auch noch das eine Kiloohm ein. Weiters sind die Körperimpedanzen auch abhängig von der Berührungsfläche. Hier, ob sie eher groß oder klein sind. Und auch von dem Benetzungszustand, also ob sie trocken, nass oder salznass sind. Auch hierzu eine Grafik. Sie sehen hier wiederum, so wie vorhin, auf der x-Achse die Berührungsspannung eingetragen und auf der y-Achse die Körperimpedanzen aufgetragen. Wobei hier die Körperimpedanzen in Kiloohm sind. Das erkennen Sie auch daran, dass die vorige Kurve, die blaue Kurve, nun ganz unten am Rand verschwindet. Dies ist die Kurve für großflächige Berührung. Für kleinere Berührungen, also für ganz kleine, sehen Sie die rote Kurve. Hier ist die Berührungsfläche nur ein Quadratzentimeter groß, beziehungsweise bei der grünen Kurve ist sie etwas größer. Sie sehen, dass zwischen den Kurven, also zwischen der blauen und der roten, fast ein Faktor 100 dazwischen ist. Weiters ist hier bereits in der Kurve eingetragen auch eine Abhängigkeit zwischen trocken und nass, insbesondere eben auch für diese kleinen Berührungsflächen. Für die großen Berührungsflächen können wir dies hier in der Kurve nicht erkennen und deshalb zeige ich Ihnen noch die weitere Grafik, die eben jetzt nur noch die großen Berührungsflächen darstellt. Hier sind die Körperimpedanzen wieder in oben aufgetragen. In blau ist wieder die ursprüngliche Kurve für die Durchschnittsbevölkerung dargestellt, eben für den trockenen Zustand und Sie sehen nun in rot für den nassen Zustand, also wassernass und im grünen ist es salzwassernass. Das hat eine bessere Leitfähigkeit und daher sieht man auch, dass hier gerade bei niedrigen Berührungsspannungen die Körperimpedanz weiter sinkt. Wovon ist die Körperimpedanz noch abhängig? Sie ist auch noch wesentlich vom Strompfad abhängig. In einer anderen Lektion haben Sie bereits gesehen, wie die prozentuelle Abweichung der Widerstände innerhalb des Körpers ist. Hier zeige ich Ihnen eine andere Möglichkeit mit Ersatzwiderständen ZIP. Nehmen wir als erstes den Strompfad Hand zu Hand. Das heißt, hier haben wir zwei innere Körperimpedanzen in Serie geschaltet. Das heißt, diese Körperimpedanz von Hand zu Hand würde sich auch aus zweimal dieser inneren Körperimpedanz ergeben. Hat man nun den Strompfad Hand zu Fuß, ist es das gleiche. Wir haben wieder zwei innere Körperimpedanzen in Serie geschaltet. Daher ist auch die Körperimpedanz von Hand zu Fuß gleich der von Hand zu Hand, hier mit H zu H bezeichnet. Als drittes haben wir den Strompfad von der Hand zu Bein Füße. Sie sehen, dass hier die Körperwiderstände von den Beinen parallel geschaltet sind und in Serie dazu noch eine Körperimpedanz. Das ergibt nun in Summe eine Körperimpedanz von 1,5 mal ZIP, also in Summe auch nur 0,75 mal der Körperimpedanz des Strompfades Hand zu Hand. Der nächste Strompfad ist beide Hände zu beide Füße. Hier ergibt sich eben auch eine Parallelschaltung von den beiden Körperimpedanzen der Hände. Und daher nur die halbe Körperimpedanz vom Strompfad Hand zu Hand. Als letzten Strompfad möchte ich Ihnen noch den von Hand zu Brust zeigen. Hier ist nur eine innere Körperimpedanz im Stromkreis und daher ist dies auch nur die halbe Impedanz des Strompfades Hand zu Hand. Und nun zu einem Beispiel. Wie groß ist denn der maximale Körperstrom für die Durchschnittsbevölkerung bei 100 Volt Berührungsspannung? Hier zeige ich Ihnen dazu das Ohmsche Gesetz. Das verwenden wir. Wir haben eine Berührungsspannung von 100 Volt. Das ist uns bekannt. Wir möchten nun mit Hilfe der Grafik bestimmen, wie groß die Körperimpedanz ist. Und wir sehen, bei 100 Volt Berührungsspannung eingetragen, erhalten wir ca. 1700 Ohm für die Körperimpedanz Hand zu Hand. Damit ermitteln wir den Körperstrom und erhalten einen Körperstrom von 60 Milliampere. Nun gleich zum zweiten Beispiel. Das ist gleich wie das erste Beispiel, nur machen wir nun den Strompfad von Hand zu beiden Füßen. Wie wir vorher gesehen haben, ist die Körperimpedanz nur 75 Prozent von der von Hand zu Hand. Daher ergibt sich hier nur 1300 Ohm. Hier können wir wieder den Körperstrom ausrechnen. Der ergibt sich hier zu 80 Milliampere. Das dritte Beispiel ist wie das erste Beispiel, aber nun auch für 5 Prozent und 95 Prozent der Bevölkerung. Hier zuerst nochmal der Strom von dem ersten Beispiel mit den 1700 Ohm ergibt die 60 Milliampere. Wir tragen das Ganze auch ganz unten ein, erhalten 1000 Ohm und bekommen 100 Milliampere. Beziehungsweise für 95 Prozent der Bevölkerung erhalten wir 3100 Ohm und 30 Milliampere. Und nun zu unserem vierten und letzten Beispiel. Gegeben ist nun der Körperstrom mit 120 Milliampere. Gesucht ist nun die Berührungsspannung. Aber die Körperimpedanz ist ja, wie wir vorhin gesehen haben, von der Berührungsspannung abhängig. Das heißt, wir können das Ganze nicht direkt berechnen, sondern wir müssen das Ganze rekursiv berechnen. In einem ersten Schritt nehmen wir dazu einfach die Impedanz an. Und zwar mit einem Kilo Ohm. In dem zweiten Schritt berechnen wir die Berührungsspannung, indem wir einfach die 1000 Ohm mit den 0,12 Ampere multiplizieren und erhalten nun die 120 Volt. Der dritte Schritt ist nun jener, mit dem wir die Körperimpedanz bestimmen, und zwar wieder aus unserer Kurve. Wir gehen also in die Kurve und zeichnen bei 120 Volt eine Linie ein und erhalten nun ca. 1700 Ohm für die Körperimpedanz. In dem vierten Schritt wird nun wieder mit dieser neuen Körperimpedanz die Berührungsspannung berechnet. Diese ergibt sich nun zu 204 Volt. Mit dieser Berührungsspannung gehen wir nun wieder in unsere Kurve, um die Impedanz zu ermitteln. Wir zeichnen es wiederum ein, erhalten nun eine neue Impedanz und gehen zurück. Und Sie erraten schon, wir berechnen wieder unsere Berührungsspannung. Und wie lange sollen wir das jetzt machen? Und zwar bis die Differenz immer, immer kleiner wird und irgendwann gegen 0 geht. Hier nochmal zusammenfassend die drei Rekursionsschritte. Zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung. Wir haben gelernt, dass die Körperimpedanzen abhängig sind vom Menschen, von der Spannung, von der Berührungsfläche und vom Strompfad, sowie von der Frequenz. Und ich habe Ihnen die Berechnungswege gezeigt. Einerseits von der Berührungsspannung zur Körperimpedanz und schließlich zum Körperstrom. Und auch den umgekehrten Weg, der etwas komplizierter ist, weil er nur rekursiv oder näherungsweise gelöst werden kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf das nächste Video.